Moin Leute, hier zurück bei DS2. Es gibt wieder was Neues, es ist irgendwie ein Anfang von der EXO-Quest. Ihr müsst dann hier einmal Zielorte ETZ hier unten, dann ist es einmal die Landezone, hier einmal die Schlucht und dann kann man hier so eine Energiewürfel einnehmen. Das sieht man halt gleich da schon. Ja, wie gesagt, hier sind mehrere Leute unterwegs, deswegen nehmen wir erstmal eben alles nacheinander ein. So, einfach allen nachhüpfen hier. So, der nächste soll irgendwie da hinten sein. Auch wieder zwei, drei, man sieht, die schon alle leuchten. Jetzt auch noch einer. So, jetzt muss man da links oben hoch. So. Da muss auch noch einer. So, wahrscheinlich haben wir jetzt alle eingesammelt, weil es eben auch so ein komisches Geräusch gab. Also Zugangscode, simulierte Höhle. 53, 43, 52, 49, 42, 45. Das ist der Code von der Serie Lost. Nee, ne. Da sieht man hier oben ein riesiges Tor. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in die Höhle. Mein Team-Mail weiß ich gerade nicht, was er gerade macht da, aber... Okay, guck ich mir mal genauer an. Was es im Endeffekt hier ist, was hier startet, weiß ich gerade nicht. Assistent des Assistenten, Assistenz des Assistenten, Knoten, Oweur, Avalon. Okay, kann ich jetzt starten? Machen wir aber erstmal nicht. Erstmal nur, wie man das anfangen kann. So, danke fürs Zusehen bis hierhin.